Hallo und herzlich willkommen zum letzten Unboxing-Video des Jahres. Ich bin Saja Patrick und ja, rechtzeitig zum Weihnachtsfest ist die nächste Secret-Layer-Drop-Series oder Super-Drop oder whatever zugestellt worden und zwar ist es die Out-of-Time-Super-Drops waren das. Im Endeffekt waren das fünf Sachen, Artist-Series John Voss, Artist-Series Thomas Buxer, die ich natürlich bei den Foil-Edition, weil da gibt es entweder oder, Madness for Blockers und Kamigawa Inc. auch Foil-Edition und die Ferie ist Time Trouble, das gab es nicht in Foil, deswegen auch nicht in Foil hier. Ich werde das jetzt aufmachen, einerseits natürlich werde ich das immer aufmachen mit euch, andererseits denke ich mir, vielleicht hat ja einer zu Weihnachten Geld geschenkt bekommen und weiß nicht, was ich investieren soll und dann seht ihr wenigstens vielleicht hübsche Karten, in denen er sich investieren möchte, wie auch immer. Das Spielraum hat es natürlich wie immer. Wir fangen an mit Math is for Blockers, weil ich muss gestehen, also ich weiß, was drin ist. Ich bin diesmal ein bisschen vorinformiert, auch dank des Videos, was bald kommen wird. Ja, Ende des Jahres kommt, ihr könnt raten, was für ein Video kommt. Also das kann man wieder schön zerlegen, dann hat man nur Papier misst, das ist klein, das ist angenehm. Ja, da steht auch, Math is for Blockers, Foil Edition. Dann ist drinnen eine Schachtel und in der Schachtel ist so eingelegt, aufgeklebt, ein Booster mit Karten und hinten reingesteckt eine, oh, nice, Bonuskarte. Okay, cool. Ist das immer, ist das immer dabei, dieser Bereich Wechseln, der ist ein Dieb? Kann mir das nicht aufgefallen. Gut, was ist Math is for Blockers? Was sind das für Karten? Man hat einen Brazen Borer, man hat einen Vindictive Lich, ganz cooles Brazen Borer, finde ich da in dem Fall hübscher, dann eine Maundering Tower Shell, ja, dann eine Oran Frostfang, die ist, finde ich, eine sehr gute Karte, die habe ich auch damals in der Doran Deck gespielt, auch das Artwork finde ich irgendwie interessant, gefällt mir eigentlich ganz gut, und Thrag Tusk, ja, die gute, die gute Sau, sagt der Christopher immer, macht sein Biestchen, wobei das Artwork meist nicht, finde ich an der Seite Artworks besser, und das Bonus, scheinbar hat man Vrexiel, der Risen Deep, ich werde die aufmachen, damit die nicht kaputt machen, und der wahrscheinlich fällt auch mega cool aus, unter dem Wasserfläche, das fette Schiff schaut schon cool aus, und was ich nicht gewusst habe, was mir erst der Thomas sagen musste, wenn man Power & Toughness sich anschaut, ist es Pi, 3,141592653, also ab da weiß ich es nicht mehr, Pi weiß ich nur bis daher, und das weiß ich auch noch, weil ich ein Nerd bin, und mich für Mathe dafür interessiert hat, aber so geht es scheinbar weiter, ob dann 5, 8 hier hinten dran kommt, ich gehe mal davon aus, also das finde ich schon sehr cool, grundsätzlich sind es halt Kreaturen, mit denen man nicht blocken möchte, ja, weil 3,1 blockt halt nicht gut, Datenmobility, ebenfalls, da mit dem Death Touch, wenn man angreift und so, also mit dem, mit dem habe ich schon öfter geblockt, aber ist okay, und Island and Swamp Bog, ja, aber ich finde es eine witzige Sache, eher was halt für, typisch Sammler, weil ich sage einmal, Brazen Borer spielt man, während Veteria die viel gespielt, und alle anderen eher nicht, ja, ich meine natürlich, Leech und Frostfang sind schon ganz, es sind gute Karten, aber halt, ja, für Commander vielleicht schon immer wieder mal dabei, aber jetzt für andere Competitive Play eher nicht. Gut, dann machen wir die Artist Series Thomas Waxer auf, diese natürlich auch in Glitzer Glitzer, hier wieder, also ich habe schon gespoilt, eine Spellskite in, äh, wie ist das, Etched? Sketch, Sketch heißt, und das Karten hat man, was hat Thomas so gezeichnet, der Waxer, Thomas, nicht mein Thomas, ein Obnixless Reignited, Artwork ist ganz cool, also auch das mit dem, mit dem brennenden Skelett und Sohle, richtig geil, äh, die Karte selber, finde ich schon nice, also ist sicher eine bessere Karte, einfach als Card Advantage macht, relativ easy, und halt sich auch selbst beschützt mit einem Removal, dann haben wir, Sire of Insanity, ich muss gestehen, die Karte hat es ja, wenn, dann immer nur in irgendwelchen, komischen, ups, öpsi, ist das verschoben, oder aber, in irgendwelchen, äh, Kombotex-Nalfizzeichen gegeben, wo du es halt selber ausgegraben hast, deine Hand, die egal war, und die Gegner damit zerstört hast, äh, ich bin nie wirklich ganz verahm geworden mit der Karte, aber das Artwork finde ich geil, dass die in seinem Brustkorb praktisch aufgeht, und der die Leute da einsaugt, oder wie auch immer, schaut schon mega aus, ein bisschen viel Glitzer für meinen Effekt, aber cooler Artwork, dann, Sliver High Float, ich meine, Sliver High Float ist natürlich mega, Sliver High Float Instructible, Unkaputtbar ist immer gut, Artwork auch ganz nett, schaut halt richtig fett aus, der High Float, ja, pfff, ein Fett aufs lieber Wurm, und dann eben Spellsguide im Nicht-Sketch-Artwork, äh, ja, muss ich gestehen, schaut ganz cool aus, ich finde da fast die Sketch-Variante hübscher, wobei ich das, wobei ich ja Blau total gern mag, und das Blau auch gut passt natürlich zum Spellsguide, wo man halt blaues Phyrexian-Mana zahlen kann, schaut aber so auch ganz nice aus, ich bin mir nicht sicher, ob mir besser gefällt, als der Original Spellsguide, aber er hat auf jeden Fall was, so, ist das halbwegs wieder mittig, naja, wird schon passen, gut, dann, machen wir Kamig, nein, machen wir den nächsten, Johannes Voss auf, ich überlege mal, ob ich die Kamigawa zum Schluss machen soll, in schon Vorbereitung, im Emotionaler auf Kamigawa Neon Dynasty, aber dahin wird sie noch ein bisschen dauern, dazwischen kommen noch andere Sachen sogar, Sanctuary Belayed, Ode hat, der hat seinen eher asiatischen Zeichenstil, Chips, hier einfach weg ist, nicht, dass es immer jetzt auch sein mag, So, Sanctuary Belayed, grundsätzlich eine coole Karte, ich bin ja mit diesem, ich nenne es jetzt mal Manga, wobei wahrscheinlich werde ich von irgendwie geflamed, das ist überhaupt nicht Manga, gehatet, aber ich weiß nicht, die Farben sind ganz nett und so, sie sind halt rosa, aber das ist okay für mich, in dem Fall passt doch irgendwie, ja, oh, Carpet of Flowers ist aber nice, bist du da, das schaut aber geil aus, Carpet of Flowers schaut richtig cool aus, vor allem, wenn ich das Original Carpet of Flowers Artwork eher, naja, finde, sag ich jetzt mal, nicht sehr aufregend, da ist diese, ist in dieser Carpet of Flowers schon ein richtiges Upgrade, ja, spiele ich sogar mit dem Legacy Sideboard, Sphere of Safety, ist natürlich auch ein bisschen Ugoo, aber, hat auch irgendwie was, halt sehr, sehr klitzer, ist jetzt fast die Frage, ob das in einem Non-Foil-Fastzeug sogar besser ausschaut, ich nehme immer Foil, weil wenn dann, wenn dann, dann gescheit, aber, hm, Oh, Comic Guide, also die zwei Dudes, die da eh auf jedem Foto drauf sind, ja, okay, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber, äh, der Background und so, das schaut schon geil aus, das schaut schon richtig geil aus, ah, das ist cool, das gefällt mir gut, ohne die zwei würde es mir besser gefallen, aber das ist eine hübsche Comic Guide, und was ist die Zusatzkarte, da ist es noch nicht, ich auch nicht, versuche ich sie mal aufzumachen, ohne zu zerstören, und zwar, es ist, Oh, Sphere of Safety in Sketch, okay, da gehen zwar die Farben, es ist, man sieht, das ist Sketch, das heißt, das ist auch, vom Verhältnis anders, das ist ja viel größer da, aber das, das gefällt mir, also da gefällt mir das Sketch was besser, wobei man gerade auch die Farben, mir elf gut gefallen, diese Sonnenwarme und so, aber das schaut auch sehr geil aus, ah, das ist ganz cool, so, dann machen wir Tiferis Time Trouble auf, das einzige, was nicht erfreulich ist, was nicht erfreulich ist, wenn ich zu spoil, mein Dark Fäden ist schon gespoilt, das kann ich nicht verhindern, er ist groß und präsent, die oberste Karte, die feuchte Karten für die, wie sie so daraus wurscht, also Dark Fäden, was ich cool finde, das sind Planeswalker, wie man sieht, Planeswalker Legend, die aber nicht, die so gemacht sind, als wie es halt im Old Style gewesen wäre, also halt so mit Old Border und auch vom Stil her alt, ein bisschen alt, auch vom Zeichenstil, so wie die frühere Magic Karten war und deswegen halt auch einfach der Text, so wie es halt wäre, wenn es Planeswalker nicht das Kartentyp gibt. Kommt drei Leute jetzt Marken ins Spiel, er kann angegriffen werden, jeder Damage reduziert die Marken, wenn er keine hat, ist er weg und in deinem Zug kannst du halt die Abilities nutzen, mit Leute jetzt Marken. Geil. Ich finde es richtig cool. Finde ich fast schade, dass das nicht in Feuer gibt, wobei auf der anderen Seite, Venom ist es ja natürlich in Edged Foil fast sein, nicht wahr, weil es halt mit dem Sternchen da und so, richtig cool. Dasselbe gibt es für Tiferi Time Reveller, auch sehr geil. Ich finde einfach die Idee cool. Ich finde es witzig, weil in Wirklichkeit hätten wir keine Planeswalker gebraucht. Das hätten wir auch alles so lösen können. Ich meine, so ist eine Wall of Text und halt richtig schwer. Ja, okay, wie viele Leute jetzt Marken kommt in den Spiel? Ah ja, vier. Okay, die erste Bede kostet eins. Was? Add? Okay, die kostet drei. Also, weißt du, nein, kostet nicht. Was ist da? Was ist da? Also, ja, es ist natürlich schon schwierig, es so zu machen, aber ich finde es relativ witzig eigentlich. Und Khan, The Great Creator. Auch halt richtig, die sind ganz, auch von den Farben her, ich meine, später finde ich aber an die Kalleleskarten schon besser, aber es hat ja gar nicht so viele Kalleleskarten gegeben. Es war ja alles Artefakt. Artefakt ist es nicht. Artefakt wäre ja dann braun eigentlich gewesen. Aber das Khan ist ja kein Artefakt. Es ist halt eine Kalleleskarte, damit es halt so grau. Ich finde das richtig geil. Ich meine, der Khan schaut ein bisschen deppert rein. eigentlich ist er unglücklich. Aber, ja, richtig cool. Richtig cool. So, und jetzt wie angekündigt, Kamigawa Inc. in Vorbereitung auf das, was kommen mag mit Kamigawa Neon Dynasty. Wobei, diese schauen eher aus, als wären sie Old Style und nicht Neon Dynasty Style. Aber bei Ink wäre auch irgendwie Neon Dynasty. naja, sehr bunt Ink wäre vielleicht möglich. Miku Konda Two Seeker. Auf. Viele Karten auf jeden Fall. Ah, ich habe die Bonuskarte von vorhin dienstlich gemacht. Na, jetzt habe ich da zwei Bonuskarten. Wurscht. Ich hoffe, das sieht man. Das ist Ink-Style ist deswegen jetzt so, sieht man, dass der Rand, die Outlines sozusagen glitzern anders oder stärker als die Karte selber. Ah, das schaut aber schon geil aus. So, die falten halt von ihrem Kleid und auch die der Rand vom Hund. Ah, das ist ein coole Effekt. Oh, Kami of the Crested Moon. The Holding Mine Kami. Er schaut auch geil aus. Ein fetter kleiner Kami und der Background schaut auch cool aus. Ja, das ist, das hat was. Umetsawa, man muss ehrlich gesagt gestehen, seine Jitte ist viel besser als er, wobei, ich meine, was die ist nicht jetzt super rassistisch aber es erinnert mich irgendwie an Jackie Chan. Eigentlich Jackie Chan an Bruce Lee. Jackie Chan schaut ganz anders aus. Es erinnert mich an Bruce Lee ein bisschen. Auch cool, das ist auch von den Farben her, das ist eigentlich schwarz-weiß, aber dann halt da die Blüten in rosa und violett und das ist ziemlich nice. Hardless Hitsuku. 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 Auch cool. Also, die Karten an und für sich, ja, ich meine, Inkami habe ich früher gespielt, das habe ich auch einmal probiert, aber die Artworks sind geil. Oh, Reiki habe ich gespielt, sogar im Commander letztens, weil da halt einfach, Legendary Spells können schon viele sein. Das schaut aber auch geil aus. Also, das gefällt mir überraschend gut, normalerweise bin ich ja nicht so im asiatischen Zeichenstil, gefällt mir eigentlich normalerweise nicht so, aber das gefällt mir sehr gut. Ja, gut, dass wir zum Schluss aufkommen. So, das war, glaube ich, die Bonuskarte von Khan, also von Teferi, wie auch immer, von den Planeswalkern. Und was ist es? Eine Insel? Okay, ich glaube, die habe ich sogar schon. Und das ist da die Bonuskarte von Kanigawa. Auch eine Insel. Island, Island, Everywhere. Ich glaube, die habe ich aber noch nicht, insofern ist das fair. Die sagt zumindest gar nichts vom Artwork. So, das waren fünf Secret Layer Drops wieder einmal. Die Out of Time Drop Series geöffnet. Ich finde es eine coole Series grundsätzlich. Ich finde die drei relativ steil einfach. Mir gefallen die wirklich, wirklich, wirklich gut. Also, viel Ärger gut, als ich es erwartet hätte. Wie immer, dachte ich, ja, okay, Kanigawa irgendwie, passt schon. Ich finde da auch diese zwei Karten sehr schön von dem Set. Ja, bei dem finde ich das nicht so ganz im Stil. Ich meine, es schaut alle sehr böse aus. Das ist Spaß bei der Seier, finde ich sehr gut. Zum Beispiel auch bei Muxlis. Aber, ja, bin ich jetzt nicht so. Und das finde ich einfach funnier. Das ist mehr funnier als sonst, wobei mir das Artwork auch sehr gut gefällt. cooles Produkt. Wenn ihr eins davon haben wollt, wie gesagt, der Spieler hat noch ein paar, soweit ich weiß. Ansonsten, ja, hoffe ich, euer Christkind war brav. Es hat euch recht beschenkt. und ansonsten geschenkt euch ja vielleicht das Spielraum. In diesem Sinne, schaut es unsere anderen Videos an, abonniert, drückt es das Trockensymbol, ihr könnt es auf Facebook, Twitter, Instagram erreichen, ihr könnt uns natürlich im nächsten Video sehen und, ja, viel Spaß mit Magic. Schöne Weihnachten nochmal und frohe Festtage. Ciao. Ciao. Ciao.